Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr zu diesem kleinen Mini-Video eingeschaltet habt. Ich möchte heute die Gewinnerin ziehen. Ich sage bewusst Gewinnerin, weil nur Frauen mitgemacht haben bei dem Gewinnspiel. Und zwar verlose ich einen kompletten Adventskalender mit 24 Türchen im Wert von weit über 100 Euro. Dieser Kalender und auch die Verlosung ist nur für euch, meine lieben Abonnentinnen und Abonnenten, weil ihr so toll meine Videos schaut und kommentiert und ich freue mich da immer richtig drüber. Und damit möchte ich mich auch bei euch bedanken und euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit wünschen, die jetzt dann bald anfängt. Ich habe von allen Teilnehmerinnen die Namen auf so kleine Losseitelchen draufgeschrieben, weil ich das ganz spannend finde, wenn ich das immer bei anderen sehe. Und das machen wir jetzt auch. Und ich wurschte das jetzt alles noch ein bisschen um und dann ziehen wir. Ich habe ein Los gezogen. So, jetzt schauen wir mal, wer die Gewinnerin ist. Und die Gewinnerin ist Nina Schröders. Nina, melde dich bitte bei mir, gerne über Instagram. Nina Schröders, du hast den Adventskalender gewonnen. Ich gratuliere dir ganz herzlich. Melde dich doch bitte gerne bei mir und schick mir deine Adresse, deine Kontaktdaten. Und in dem Fall herzlichen Glückwunsch und viel Spaß und eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Vielen Dank an euch alle, dass ihr zugeschaut habt. Und ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, dass noch eine aktuelle Verlosung läuft und zwar im Goodiebox Adventskalender Video. Da könnt ihr ein paar Produkte aus der Goodiebox, aus dem Goodiebox Adventskalender gewinnen. Und es wird demnächst noch ein Adventskalender eingestellt, wo es dann auch nochmal ein Video dazu gibt und eine Verlosung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Vielen Dank.